Yo, was geht ab Leute? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar soll es heute um Nash gehen, denn es gibt einen Song von ihm, der bis jetzt noch nicht veröffentlicht wurde. Ja, Lied kann man es eigentlich fast schon nicht nennen. Nash Flight soll das Ganze heißen. Es gibt das Ganze aber unter zwei verschiedenen Namen irgendwie. Entweder Nash Flight oder Nash Click Click. Wir hören auf jeden Fall gleich mal kurz rein. Wir gönnen uns eine kleine Hörprobe. Das Ganze hören wir uns auf jeden Fall nicht an. Mal schauen, ob das Ganze dann noch released wird. Einige Songs, die ja so erscheinen, werden gar nicht mehr veröffentlicht. Ja, entweder gefällt es denen nicht mehr oder keine Ahnung an was es liegt. Es gibt von vielen Rappern oder Musikern immer Lieder, die nicht veröffentlicht wurden. Und dann kommen die halt irgendwie an die Öffentlichkeit. Ich würde mal sagen, wir geben uns auf jeden Fall einen Part. Wir stehen da wie eine Armee. Also eigentlich ein übertrieben geiler Song. Den Part feiere ich am meisten. Also ich habe vorgespult. Das ist bei einer Minute in etwa gewesen. Finde ich geil. Kann man sich auf jeden Fall richtig gut geben. Wie gesagt, das Ganze heißt Nash Flight oder Nash Click Click. Kann ich euch gar nicht sagen, wie es jetzt genau heißt. Ich würde mal sagen, wir hören am Ende noch irgendwo ein bisschen rein. Ich würde mal sagen, wir hören am Ende noch ein bisschen rein. Du sagst, es ist gut, wie du bist. Also schreib jetzt endlich dein Leben um, bevor du es schon wieder vergisst. Kommt vor, Stress am Tor. Das Leben fängt ab für die Million. Ja, ihr habt es gehört. Es macht Click Click. Wie gesagt, geiles Song auf jeden Fall. Schade, dass er den auf jeden Fall nicht released hat, nicht veröffentlicht hat. Wer weiß, vielleicht kommt das Ganze ja noch. Very nice, dann kann man das auch auf Spotify pumpen und sich das auf Dongle Schleife geben. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob euch der Track gefällt. Wie gesagt, eine kleine Hörprobe. Ich würde mal sagen, das war es dann auch schon vom Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.